Mein Haus, sehr enormer Haus, hat gewohnt mit den Baben mit den Säden. Sie waren in drei Zimmern. Die Baben mit den Säden haben wir gewohnt in einem kleinen Zimmer, noch eine Mutter mit dem Vetter im mittelsten Zimmer und wir haben gewohnt im letzten Zimmer. Mit einem kleinen Oven zu kochen und wir haben gewohnt, und wir haben gewohnt in das erste Zimmer, weil es dort gewesen ist, wie das Wasser, das man kennt, das Scheppenwasser. Also es ist nicht gewohnt, ein leichter Leben. So ist es nur ein Leben, aber ein nährlicher, ein schöner, guckend zu der Zukunft. Die Erfahrung hat man noch, als man in die Organisation ging, hat man einen zweiten Heim gefunden. Von der Oremkeit ist man in die Organisation gekommen. Und dort hat man gelernt, man hat verschiedene Diskussionen, man hat Literatur und man hat gelernt, eine andere, als man gegen die Organisation gekommen ist. Und was hat man getan in den Organisationen? In der Organisation gab es verschiedene Diskussionen, verschiedene Spiele, Vorstellungen, wer war fähig. Er hat ein kleines Chor geschaffen und ich habe ein Chor reuchert. Das war sehr interessant. Ich will nur bezeichnen, dass ihr sollt verstehen, was ist gewesen, meine Schweren und Schweren sind gekommen von der Oremkeit und dann ist gegangen in der Organisation, ist gewesen Aionteff. Aionteff, das will ich, dass wir so wissen, was sie haben wollen. . Untertitelung des ZDF, 2020